Hier, geiles Trainingsspiel da. Sebastian! Ja, richtig geil hier da. 1-1 gegen Leverkusen. Komm her, Kloppo gibt ein Autogramm, komm her. Kloppo! Ja, bitteschön hier. Hat er ein Autogramm gegeben, der Kloppo. Das habt ihr wieder nicht gesehen, ne? Ein Punko gegen Jupp Heynke. Das war richtig geil, war das. Das ist zu wenig. Das hier zweite Hälfte erscheint, wenn du beim Ball tritt. Das habt ihr wieder gar nicht gesehen. Hat wieder keiner gesehen von euch. Zu wenig. Hier, Berlin, Hertha, die haben wenig. Die haben weniger Punkte auf dem Konto als ein durchschnittlicher Marienkäfer. Ja, hier der Ebert, diesmal gut gespielt. Aber das sieht der Arnefried, das sieht er wieder nicht. Sebastian! Ja, geil hier da. Aber Hertha holt jetzt erstmal die Ukrainerin zurück. Weißt du, Andrea Voronin, das Schwänzchen Alpaka hier aus Süd-Odessa. Der macht's ja weg da. Hab ich letztes Mal gesehen, geil. Die Bayern, 2-1 gewonnen, letzte Minute vom Beuthen. Richtig geil war das. Aber dass der Frank Hall macht, das ist viel zu viel. Das ist viel zu kompliziert. Das sind Fußballer. Die sind wie Kinder. Da musst du einfach denken. Da sagst du hier, das ist ein Klötzchen. Das ist eckig. Und das hier, das ist auch ein Klötzchen. Aber dass das rund ist, das lernen wir nächste Woche. Als es bei uns nicht lief. Was hab ich gemacht? Bin hingegangen, hab ich einen Malkurs angeboten für die Jungs. Hier, Supertitsch. Hat er gemalt. Ne, so rum. Seitdem geht der ab wie so ein rauer Dackel auf Lebertrano. Richtig geil da. Oder Bariosch. Hat nichts getroffen, gar nichts. Bin hingegangen, hab ich hier dieses Kuschelkissen geholt. Drei Hütten gemacht. Ja, geil ist das. Ja, aber das ist hinter den Kulissen. Das seht ihr alles gar nicht. Deswegen bin ich ja Trainer und ihr seid nur Fans. Bundesliga geil. Wochenende richtig klasse. Sebastian! Ich komme. Standby. Matze Knob, der Kultkomiker von BILD.de. Seine neue Tour, Operation Testosteron, bald auch in deiner Nähe. Tickets und Termine gibt's unter matzeknob.de